hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von mir nur ich und mein kurzer ist auch da wir machen 10 er 5 ich 5 google pack und ja jetzt hat es angehalten so und wenn ihr mir sehen dass wir 10 aufmachen lassen like da für 10 likes oder 5 freuen wir uns und ja unser ding ist dass wir totti kriegen ja ich mache 10 also 5 immer abwechseln wenn er die pack aufmacht dann darf ich schon und er nicht deswegen probieren hier so wir machen jetzt schnick schnack schnuck wer anfangen darf schnick schnack schnick schnick schnack schnick schnack schnick okay er darf stattfangen er macht und ich darf gucken oh mein gott sie ist fabrikas und muss sein wo kauft gar nicht was wir sind jetzt wieder hier ja und wir machen halt immer sperren special pack auf einfach jetzt an nur er darf nur vier aufmachen dann muss man nicht abwechseln also muss fünf du fünf insgesamt zehn hier sind die wir unser gleich mal wieder so er macht auf hoffentlich kriegt er einen guten oh mein gott boah nein na was war die gear was war man schild es konnte auch christmas sein ich zeige euch wie man da löschen kann er geht einstellungen und dann hat einfach nicht löschen so geht es ich wollte das ein video machen dass ich euch zeige ja wenn ihr noch mehr wird lassen sie zehn likes hier und das wäre sehr schön und ein abo nicht vergessen dass ja auch sehr schön aber ich euch zurück und abonniert mein von meinem bruder kanal pex shadow und schreibt in die kommentaren für spiele ihr noch wollt ja ok die ist jetzt diesmal gut die ist richtig gut und boom warte nicht da nachtzigaretten schon wieder marcelo ich kann noch einen aufmachen hier fickt der guten ja kein workout wieder wir sind wieder hier ja wir machen dann vielleicht ein fußballchallenge vielleicht das wissen wir nicht und wenn ihr es sehen wollt schreibt in diesem video hashtag fußballchallenge und macht fünf daumen hoch oder fünf sieben oder zehn von die zwei könnte machen und gleich 3.000 das machen sie nicht okay er macht das zweitletzte ja ja zweitletzter pack dieses diesmal jetzt gut nein oh mein gott du kannst auch aufmachen er kann nur eine noch aufmachen okay er macht sein letztes spiel jetzt besser als vorher ja das war besser als vorher und deckt noch ein workout danni alvis und angolo kante und jetzt komme ich jetzt kommt der pack shadow pack lag mal ich hätte das pack bei special pack öffnen peli legende ich kann es euch zeigen ich habe dafür scrim shot gemacht kann ich euch zeigen und wir haben noch ibrahimovic man of the match da hast du schon mal ein like da ich kann es euch zeigen muss man einen pack aufmachen tut mir leid dass wir immer hier packs aufmachen müssen obwohl das kein special pack ist hier so jetzt mache ich und ich muss euch das sagen vielleicht haben wir noch einen casual challenge und freut euch da und ich mache jetzt auch wenn ich jetzt ein tod hier oder so oder team of the group stage oder das international man of the match und sie mit jetzt bin ich nicht zufrieden aber wir machen ja einen cut und wenn wir gleich wiedersehen so mein erster pack war nicht so geil ja aber das geht das das am anfang ist es so gut ok die mit der paillette schnell gute fußballspieler da da tauchen guten in rm hatten ließing wurde schutz gemacht und der wechselt hat immer oft wechselte immer in ein team war meist mario ball und telly der wechselte der wechselt die nächte hoffentlich krieg ich jetzt einen guten komm schon ok wir sind wieder hier und der peck von mir vielleicht krieg ich jetzt ein guter ähm leute ja den erster gekriegt und hinter ihrem feller in den ding ja und wir sehen uns gleich wir sind wieder hier und das war jetzt die schlechteste peck wird sich auf aber da war feller in ja das ist nicht so gut aber besser als wir aber wir werden dann besser sein als die nein er ist nicht besser als sie wenn wir gespielt hätten wir ihn gerasiert hat er in der messe wir lassen fünf sieben likes da wir sind wieder hier so jetzt sein zweiter peck dritter peck man dritter peck bitte und test ist noch hier im start und die restlichen sind wieder am start klar und jetzt ist ein zweitletzter was wartet für eine casual challenge ihr könnt in die kommentare schreiben bei diesem video hat er mich sehr gefreut was ihr für ein chance habt und was für fußballschlangen schießen oder so schreibt auch in die kommentare wie es mir geht und wir werden ein noch challenge machen wir werden casual challenge fix heute noch machen oh mein gott nein man könnte das sehen und wir sehen uns dann gleich wieder wir sind wieder hier mein vierter peck nosepeck wird es sein nose fucking peck wenn ich jetzt gut ja das geht ja das geht ja da mit alaba und um titi und die karte das ist scheiße und wir werden uns gleich wiedersehen und zwar wir sind wieder hier und das ist ein letzter peck wird es ein totti oder wird es ein screencard das wissen wir nicht aber wir werden es gleich herausfinden vielleicht team of the group stage wie er gekriegt hat vielleicht kriegt name hat hier so gut ich hätte ich doch nie ja und heute habe ich noch team of the group stage messi gezogen kann ich euch auch zeigen mit die ja da kann ich euch schon zeigen lassen like da wenn ihr es wollt und wir sehen uns dann gleich wieder leute das ist der letzte ist peck und ja jetzt gut nose und finger pack oh mein gott bitte international mann auf dem match ich will nur nehmann ich will nur und okay ja und das war es mit dem video wenn es euch gefallen mai Scream it!